Hallihallo, Hallöchen Willkommen zurück zu Ori in the Blind Forest Bäh, Schwabbelchen ist wieder da, also kotze Bällchenmacher hier unten Ach wir mussten sogar noch da oben Das ist voll laut, das Wasser-Aua-Fall Au Nein Geht doch Da unten ist auch wieder einer, bäh Na, wüscht du wohl mal, wie ich möchte Dankeschön Soma Ach ne, das hatte ich ja im anderen Part schon gesagt, bei Soma zum Beispiel Ich hör jetzt grad kaum was, außer halt das Wasser Und ich muss mich wieder einspielen Ah, es wird ruhiger, schön So, wo müssen wir dann lang? Wahrscheinlich hier oben Hier oben Und dann? Wir können eigentlich mal auf der Karte gucken, bevor wir hier irgendwo rumhüpfen Auf jeden Fall nach oben, alles klar Okay, okay Uns fehlen natürlich noch ein paar Fähigkeiten Ansonsten hätte ich jetzt schon gesagt, von wegen wir, wir können auch darüber Äh, machen schon mal ein paar Sachen Sprich, einsammeln und so Aber nein Obwohl Au, 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 au Blöder Vogel Ich glaub, hier ist nämlich was Versteckt und das können wir uns natürlich direkt holen dann Irgendwas da unten Hm Ich weiß grad nicht, wo wir hindüsen Aha Noch ein Kartenfragment Ich glaub wir müssen hier sogar lang, kann das sein? Huch Ja Jut Jetzt haben wir schon zwei davon Jut Böööö Ah, da können wir was Oh, 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 das wollte ich nicht Wie war die Taste? Ach, die Taste war das. Alles klar So, was schön durchwerfen. Direkt mal ein Volltreffer, das freut mich. Jetzt habe ich das Ührchen vergessen. Moment, da muss ich ja schnell die einstellen hier. Ich will die Parts ja nicht immer zu lange machen. Weil ansonsten wäre es wahrscheinlich irgendwie so eine Stundenpart-Geschichte, wenn ich da nicht die Uhr mit einschalten würde. Wo hat sich das jetzt geöffnet? Ja, auf jeden Fall brauchen wir nochmal so ein Kotzebällchen. Das ist ja diesmal kein Kotzer. Das ist ja diesmal nur ein, ich bin ein Bällchen. Der eigentlich ein süßes Geräusch macht. So, was haben wir denn hier? Ach, hier können wir endlich mal eins der Kartenfragmente reinhauen. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Ding, was wir mitnehmen können, falls wir da rankommen. Weil ich habe da gerade gar nicht, aua, drauf geachtet, wo sich hier was öffnet. Aber okay, das war es anscheinend. So, was können wir denn mal freischalten? Ey, ich möchte noch, hallo, geh doch mal, dankeschön. Geistereffizienz, ja, nehmen wir mal mit. Wir wollen denn sowieso alles machen. Ah, daneben. Au. Da wird er uns getroffen. So, warum bist du jetzt hier? Ah. Na, das war auf jeden Fall nicht da, wo du eigentlich hin solltest. Ich glaube. Hm. Ich überlege halt gerade, wo es hingeht. Und so wirklich, weiß ich es gerade nicht. Okay, da ist nur... Pff, ja. Der ist genauso dumm wie ich. Haben wir hier noch irgendwas? Äh, nö. Äh. Ich habe heute eine Reaktion. Da oben war auf jeden Fall ein Schalter. Da will ich auf jeden Fall hin. Aha. Aha, aha, aha. Aha, 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 aha. Ist er gerade so respawned? Die Saudi. Ich weiß null, wo ich gerade hin muss. Ich bin gerade echt ein bisschen planlos. Okay, nach links anscheinend. Da hätten wir jetzt den... Okay. Den brauchen wir ja jetzt gar nicht. Oh. Ich habe da irgendwas getötet, aus Versehen. Da unten ist auf jeden Fall was. Flup. Da. Obwohl jetzt... So langsam kommt es mir bekannt vor, ja. So langsam kommt es mir bekannt vor. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Nee, verdammt. Ach ja. Eure Kotzebällchen kann ich ja nicht benutzen. Kotzebällchen sag ich schon wieder. So, jetzt aber rüber. Einst üppig und grün, jetzt mit Eis bedeckt. Jene, die nicht entkam, bezahlten mit ihrem Leben. Ach, das ist ja noch das Gumon-Ding. Ja, alles klar. Stimmt, wir haben ja jetzt im letzten Part nur das Siegel geholt. Stimmt ja. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Und gucken mal, was wir hier machen müssen. Die Elendsruinen. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein. Diese Gumon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden diese Ruinen zu ihrem Grab. Ja, soviel zum Thema sicher und so, ne? Die Armen. Aber ein Gumon hat ja auf jeden Fall überlebt. Also mindestens einer. Und ich weiß noch, da darf ich nicht drauf. Da darf ich nicht drauf, weil das ist voll heiß und das tut weh. Die Gumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin aufzubewahren. So, da haben wir jetzt ein Kügelchen. Kennen wir ja noch gerade vom letzten Part. Nur, dass dieses Kügelchen uns jetzt auch beschützt, mehr oder weniger. Wie man sieht. Also normalerweise würden wir da jetzt Schaden kriegen auf diesem, ja, Zeug. Halt. Nur das Dumme ist, sich hier zu bewegen damit. Das ist ziemlich wahr. So, dann lasse ich das mal fallen. Nehme ich es wieder auf. Und das, die Steuerung ist auch ein bisschen blöd jetzt, weil ich muss, äh, wie soll ich es, aua, erklären, aua. Ich würde jetzt eigentlich ganz normal nach oben drücken, wenn ich dann halt sehe, von wegen, ich muss eigentlich nach oben. Ist hier aber nicht. Man muss dann halt immer noch weiter nach rechts oder links drücken. Hätte ich so ein bisschen Hörnbums. So, und ich speichere gleich auch mal nicht, dass wir gleich wieder, ähm, den gleichen Kram nochmal machen müssen. Ich meine, nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. Aber es ist halt so diese erste Umstellung halt, ne. Die ist so ein bisschen pfui, pfui, bach. Komm ein bisschen näher, dankeschön. So, fallen lassen. Aufnehmen, aufnehmen. Und dann gleich hier speichern. Drupfüpfen, warten. Wir wollen ja nicht zerquetscht werden. Ich gehe einfach mal hier weiter. Also oben lang. Ich glaube, es ist auch sowieso der richtige Weg, wenn wir jetzt das so machen. Und jetzt runter halt, ne. Ja, genau. Bei diesen Bergchen weiß ich, oder bei diesen Ruinen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dann halt, falls wir jetzt nur, was weiß ich, 5% haben oder so. Oder 1% halt wieder fehlt. Ob wir dann, ähm... wieder rein können. Und uns die letzten 5% holen könnten. Das weiß ich jetzt nämlich gerade wieder nicht. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es nicht so ist. Deswegen versuchen wir natürlich alles hier zu entdecken. So, da haben wir doch eigentlich... Dann müsste ich doch eigentlich da auch oben rankommen. Genau, mache ich einfach so. Haben uns ein kleines bisschen Weg gespart. Und ansonsten hätten wir jetzt noch einmal diesen Weg zurückgehen müssen. Oben lang halt. Äh, bei der... bei der Kotzeblüme halt. Aber das habe ich uns jetzt mal ein bisschen erspart. Und ja, hier speichere ich jetzt ganz, ganz oft. Weil was ganz Neues für mich... Nein, 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 nein. Lass die Kugel fallen. Autsch. Ja, man sieht. Es war heiß. Es war sehr, sehr heiß. Na, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja. Ich drehe meinen Monitor gleich am besten. Dann geht das. Jedes Mal, wenn wir die... die Richtung ändern oder so, drehe ich meinen Monitor. So. Nach unten. Und hier unten speichern. Da könnten wir eigentlich auch so ran. So, sogar ohne Schaden. Hey. Eigentlich müsste ich die Uhr jetzt gar nicht einschalten, weil ich mache eigentlich immer sowieso eine... ein Gebiet immer ganz. In dem Fall jetzt halt die Elendsruinen dann. Aber vielleicht sind sie doch extrem lang. Ich weiß es gar nicht mehr. So, ich glaube, wir fallen jetzt, ne? Nach rechts, genau. Jetzt können wir da rumgehen. Und jetzt muss ich da irgendwie... Ne. So. Jetzt können wir schon direkt nach oben, weil wir uns ja das Links da schon geholt haben durch unsere Fähigkeit. Hier drauf kann ich nicht speichern, ne? Aber ich könnte jetzt... So. Na. Lass doch los. So, rechts können wir, glaube ich, noch nicht lang. Ich weiß es aber gar nicht. Ne, stimmt. Dafür brauchen wir die zwei fehlenden Dingsbällchen da noch. Nicht Bällchen, sondern die Steinfragmente da. Ja, verdammt. Das wollte ich nicht. Den. Na, verdammt. Ne, nochmal gerettet. Ich möchte gerne da rauf. Und dann müssen wir nämlich so machen. Und dann so. Genau. Und dann können wir hier speichern. So. Und dann müssen wir nach oben irgendwie. Obwohl wir könnten das auch wieder so machen, dass wir dann halt, äh... das Kügelchen jetzt hier fallen lassen und uns ein Kügelchen nach oben werfen und dann so machen. Und dann so machen. Und dann, äh... so machen halt. Geht natürlich auch. So, jetzt brauchen wir das Ding aber wieder. Bei der Musik kriege ich gerade irgendwie Lust auf Final Fantasy X. Weiß ich auch nicht warum. Vielleicht, weil sie gerade so ruhig ist oder so. Ich kann hier leider nicht speichern. Jetzt. Verdammt. Was ist los? Ja, ist egal. Lass ihn kotzer. Ist egal. Schlaf mir schon. Schlaf mir schon. Ha. So, gut. Ähm. Ich wollte genau auf dem eigentlich landen. Wie man sieht, habe ich es voll vermasselt. So, hier dürfen wir auch nicht speichern. Jetzt haben wir da unten so ein blödes Ding. Müssen wir da direkt durch? Ich glaube, wir müssen dann direkt durch, ne? Dann warten wir mal ein bisschen. Äh... Nein, geh weg. Sei nicht so böse zu mir. Ich habe da gar nichts getan. Noch nicht. Jetzt habe ich da was getan. So, gut. Kann man hier gespeichern? Ah, wunderbar. So, das teilnehmen wir natürlich gleich direkt mit. Na, kommt. Geht doch. Ich glaube, ich habe noch nie so oft viel gespeichert. So oft viel vor allem. Wie viele Tote haben wir eigentlich? 23? Das ist noch ganz gut. Ich habe jetzt mal so aus Spaß mal geschaut. Wegen Bestenliste und so. Ich habe gar... Im ersten Mal habe ich gar nicht so schlecht abgeschnitten, wie man eigentlich... Also, wie ich eigentlich gedacht habe. So, wenn wir das Ding jetzt loslassen, genau. Dann können wir nämlich noch rüberhüpfen. Ah. Sehr schön. Und zum Glück haben wir genug blaue Kügelchen. Ich will kurz nach unten gucken. Was erwartet da uns? Keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse das Ding mal los. Dann düsen wir da rüber und halten uns fest und dann gehen wir einfach runter. Je nachdem, was uns da noch erwartet. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir haben jetzt die vier... Vier... Genau. Wir haben jetzt die vier... Schlüsselfragmente. Und dann spinnen die Spinnemann weg und dann gehen wir durch. Oh, der wird gleich sehen. Seine ganzen Verbanden wird er gleich sehen. Der Arme. Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Auch wenn er spinnenähnlich ist oder die spinnenähnlich sind, es tut mir trotzdem leid. Das ist wieder ungewohnt. Ich bin wieder so agil ohne Kugel. Jo, gut. Bis jetzt kommen wir noch... Ups. Was passiert hier? Ich frage mich, ob Gumo von ihrem Schicksal weiß. Ach, das ist eine Sie. Ich hoffe, er kann... Ist doch eine R. R. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Ich gucke nur gerade, ob wir alles haben. Es sieht so aus. So. Ach, mein Gott. Jetzt müssen wir das hier machen. Ich mag das hier nicht. Wir müssen, glaube ich, ganz rechts rüber. Weil da ist, glaube ich, was. Oh. Wow. Iiii. Iiii. Ich toge mich lieber. Eui, eui, eui. Das ist schon sehr knapp, ja. So, jetzt muss ich da irgendwie rüber. Oh Gott. Oh, das müssen wir, glaube ich, runterstampfen. Oh. Nein. Nein. Du, kein. Ähm, hallo. Ich, äh. Wow. Ich schummel mich da jetzt wieder hoch. Ah, die Kugel war zu weit. Ich habe hier jetzt so ein bisschen Respekt vor den Dingern. So. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir nach links eventuell müssen. Aber anscheinend ist da nichts, ne? Ach nee, wir sind da unten. Ah, wir müssen nach rechts. Da ist was versteckt. Okay. Ja gut. Wie oft ich speichere, ey. Das gibt es ja gar nicht. Upsa. Was ist da denn? Ach, da ist nur so ein Ding. So ein, 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 so ein Ding des Bombs. Alles klar. Obwohl. Ha. Eine Lebenszelle. Speichere ich nochmal nach. Nein. Ich würde machen, wir machen ja so. Wie soll ich denn da jetzt wieder rüberkommen? Also ohne Schaden. Au. Kriegen. Naja, dann halt mit Schaden kriegen. Ein bisschen können wir uns nochmal zurückholen, wenn wir uns, äh, wenn wir abspeichern. Au. Au. Wo wir gerade dabei sind. Wir können aber, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Wir haben wieder zwei Fähigkeitenpunkte. Die setze ich jetzt einfach mal in. Hm. 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 Oder ich spare einfach auf drei. Dann können wir uns halt die Stichflammenexplosion holen. Und dann nochmal drei für die Ultrastreuflamme. Dann haben wir ein bisschen schon mal eine Sache fertig. Oder halt, wie gesagt, unter Wasseratmung und so weiter und so fort. Ach, ich nehme das hier. Turbosprint jetzt. Und dann ist gut. So. Aber hier rauf. Ah. Was? Die Wobin davon jetzt getroffen. Ich will das kurz noch sehen. Wie wir davon getroffen werden. Eigentlich gar nicht, oder? Eigentlich nicht. Aber gut. Ähm. Wir müssen da auf jeden Fall rüber. Dann warten wir mal ganz kurz. Keine Ahnung, wann wir rüber können. Jetzt würde ich sagen. Ach, jetzt fängt das auch, glaube ich, gleich wieder an. Dass wir entkommen müssen. Das heißt, meine super Liebe, meine Lieblingsmusik fängt gleich wieder an. Allerdings haben wir diesmal ein bisschen mehr Zeit. Das weiß ich jetzt schon. Und das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes auch bewahrt. Diese Ruinen sind alles, was von den Gumun übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gumu hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der Letzte seiner Art. Ohi, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel und die Erinnerung an die Gumun müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Bewegt von ihren Worten, beschloss er zu handeln. Allerdings machst du was Falsches. Also, du erschwerst uns doch jetzt was. So, ja, jetzt dürfen wir halt nach oben gleiten. Und natürlich müssen wir hier diesen Dingern ausweichen. Und rechts und links sind halt so ab und zu mal ein paar... Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Das sieht man ja. Dem müssen wir natürlich auch ausweichen. Aua. Wofür zum Thema ausweichen. Auf alles mögliche achten hier jetzt halt. Mr. Kotze-Kotz-Mann muss einmal bitte richtig kotzen. Ich leite das mal dahin. Dankeschön. So, dann kommen wir jetzt auch hier durch. Aua. Du Sau. Ach, die schöne Musik. So, mussten wir jetzt weiter nach oben? Oder wie war das nochmal? Ich weiß, das nicht mehr. Ach, scheiße. Jetzt bricht das erst gerade runter. Ich dachte, das wäre schon weggebrochen. Autsch. Ne, doch nicht. Autsch. Ich habe es irgendwie geschafft. So, dann nochmal. So. So, dem erstmal nicht entgegenkommen. Jetzt kurz triggern. Und, ah, jetzt ist es erst richtig, oder? Oder nochmal? Ich glaube, nochmal, oder? Ja. Au. Äh? Kenn ich den Weg nicht mehr? Jetzt kommt da doch nichts. Bzzz. 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 Nein, natürlich können wir hier nicht speichern. So. Wurde wieder warten. Jetzt da triggern lassen. Da verstecken. Jetzt das triggern. Und dann, äh, weiß ich nicht mehr. Dann halt so. So, muss man jetzt nach unten oder nach oben? Ich weiß halt nicht mehr. Ich geh mal unten gucken. Sieht beides richtig aus, oder? Äh. Ne. Wir müssen unten. Üpsa. Pouchen. Whee. Schön ausweichen, schön ausweichen, schön ausweichen. Und auf die Scheiße links achten. Und rechts natürlich. Whoa. Moment. Das nehme ich noch mit. Kuh aus Nest. Christ. Jau. chim. Musik. querwetro? Ja. What? Ja? Ost? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020